Hey Leute und seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale. Es geht weiter, wir sind wieder zurück und ja, ich habe mir einen guten Vorrat an Trophäen angelegt, die man auch sehen kann, ja, bin jetzt mal auf 1157 endlich und ja, ich habe jetzt, glaube ich, vier Tage lang wirklich keinen Clash Royale gespielt und eben, wenn ich mal online war, dann nur um Truhen zu öffnen, aber nicht um zu spinnen oder so und ja, ich habe auch ein bisschen Karten angeführt, die man immer wieder zwischendrin so und ja, und ja, wir können jetzt von uns machen. Ich habe einen riesen Mineralig abgeholt auf Level 6 und als nächstes können wir sogar auch noch das Musketier abgeholt werden, allerdings wäre es ganz gut, wenn wir dazu, ja, und jetzt noch ganz kurz schnell zwei Kronenturen holen, denn dann hätten wir wahrscheinlich die 2000. Ja, aber ich denke mal, ihr werdet oder wir werden das jetzt über die nächsten Folgen hinweg so, ja, bis und versuchen zu schaffen, ich glaube, es soll drin liegen. Ja, also aber als erstes möchte ich eigentlich ganz gerne an meinem Deckbissen was ändern und zwar, habe ich mir überlegt, man könnte doch vielleicht, mal, ähm, wo ist er hier, vielleicht mal Wut wählen, ja, man könnte vielleicht mal Wut verwenden, ähm, wäre glaube ich ganz okay in meinem Deck, aber ich weiß jetzt nicht, was ich ersetzen soll, wenn ich mir auch so sein, hm, das ist die große Frage. Ich hätte gesagt, ich würde Pfeile hier nicht gerne mal durch irgendwas anderes ersetzen, aber Pfeile habe ich erst gar geupgradet. Und jetzt, äh, Pfeile durch Fireball oder so zu ersetzen, wäre zwar auch eine intelligente Sache, das Problem dann ist aber wieder, dann wäre es mal in der Deck, irgendwie, es wird dann immer teurer und teurer und teurer. Und das möchte ich halt nicht, das heißt, ich müsste vielleicht, oder ich werde vielleicht tatsächlich, Walke upgraden, irgendwann, und sie durch einen Riesen ersetzen. Also ich heisse es noch nicht genau, also ich werde ein bisschen rumspielen, denke ich mal, in nächster Zeit. Ja, mal gucken, was der Ball so rauskommt, aber einfach, damit die vorher ziemlich allzu langweilig wird, wir sind ja, ich spiele einfach mal eine Runde. So, und so genau ist Level 7, genauso wie ich, man sieht, solche Zahlen wieder starten direkt mit einer Witch, hier und hier auf der rechten Seite, so, hier und hier hinten, ja, platzieren wir die Mann direkt da hin, und wir können eigentlich direkt hier einen Riesen noch voraussetzen, so, Riese Level 6, müsste eigentlich ganz gut ankommen. So, was machen wir hier? Wir ersetzen Pekka, man sieht, dann ist er heute, und wir sind ja hoffentlich gleich dauernd. Weiß ich, ob das funktioniert hat, aber, ja, nee, sieht schlecht aus. Ich glaube, ganz gut, und ich glaube, es war ganz gut gewesen, echt, zuerst für euch da, doch luckiest zu setzen, aber es ist natürlich das Dumme, wegen dem, ähm, Geistes, ja, wegen der Witch halt, und das nicht so intelligent wäre, aber ich glaube, wir kriegen den auch so. Wir kriegen ja echt auch so. Easy game, Leute, easy game. Alles klar, neue, ich glaube, wir haben damit sogar fast noch einen Trophilkurs, das Ganze aufgestellt. Okay, hätte ich echt gedacht, dass ich das so schnell schaffe, okay. Interessant. Ah, 1186 ist gar nicht ganz mein Rekord, mein Rekord ist 1192. Okay, ich bin mal gespannt, ob ich das noch weiter hochpushen kann. Leute, äh, ja, ich hätte echt nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber gut, dann haben wir heute auf jeden Fall ein kurzes, schnelles und, ja, eigentlich ganz so das Video. Also, was ich, aber Leute, ich hab mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ja, schau mal auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ich genau verändern sollte, vielleicht an dem Deck noch. Und ich weiß, ja, ich spiele vielleicht ja immer das gleiche Deck momentan, aber irgendwie ist es ganz gut, mit dem Deck zu spielen. Es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, habe ich so das Gefühl. Es macht mir persönlich auch Spaß, damit zu spielen. Also, mein Ziel, auf jeden Fall, muss geht ja auch abgebilden, und dann, äh, vielleicht auch endlich mal, irgendwie was komplett Neues ausspielen, natürlich mal ein komplett neues Deck. Ja, dann sehen wir, was dabei rauskommt und was ich noch machen kann. Und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach, ähm, ja, noch in der nächsten Folge, vielleicht dann, wenn ich die Kronentour hier voll habe. Und, ja, bis dahin. Macht's gut, Leute, und Peace out.